Ich möchte zu Ihnen über den Friedenstifter Maximilian Wolloschin sprechen, dessen Bilder, Aquarelle, gegenwärtig in einer Ausstellung im Götteranum zu sehen sind. Maximilian Wolloschin wurde 1877 in Kiew geboren. Seine Mutter war deutscher Herkunft, Jelena Otobaldowna-Glaser oder halbdeutscher Herkunft. Sie arbeitete als Übersetzerin, der Vater, ein Jurist russischer Herkunft aus einem, so ist zu lesen, Geschlecht der Dnieper-Kosaken. Die Eltern trennten sich früh nach dem Tod der Schwester von Maximilian und er zog mit seiner Mutter nach Moskau, ging dort zur Schule. Sechzehnjährig aber kehrte er mit ihr auf die Krim zurück, nach Feodosia, und er besuchte von dort mit seiner Mutter öfter das Tartarendorf Kogtjebel an der Küste des Schwarzen Meeres. Schließlich zogen sie dorthin und von dort aus führte er den Schulbesuch im Gymnasium von Feodosia fort, 18 Verst, mit dem Fahrrad, hin und zurück. Nach Ende der Schulzeit ging Maximilian wieder nach Moskau und begann ein Studium, anfänglich auch im Fach Jura wie sein eigener Vater, dann weitere Fächer. Er war freigeistig orientiert und beteiligte sich offentlich an den Studentenunruhen in Moskau, wurde verhaftet und von der Universität aufgeschlossen und für eine Zeit auf die Krim verbannt. Er ging von dort Westeuropa besuchen, war in Berlin, in Paris, in der Schweiz und Italien. Er war nicht vermögend und die Reisebedingungen waren keinesfalls einfach, aber er nahm viel von dem kulturellen Leben, Entschuldigung in diesen Städten, in sich auf. 1900, im Todesjahr von Friedrich Nietzsche, aber auch des Philosophen Ladimir Sergejevich Salofjow, sehen wir ihn wieder als Student an der Universität Moskau. Wieder war er für freiheitliche Bewegungen aktiv, wieder wurde er verhaftet, diesmal endgültig ausgeschlossen von der Universität. Er wurde zu einem Arbeitsdienst im Osten verurteilt, so ist zu lesen und am Bau der Eisenbahn Ohrenburg-Taschkent beteiligt. Aber er wanderte auch viel auf diesen alten Karawanenwegen im Gebiet des heutigen Tatschikistan und studierte die östliche Kultur, Asien zog ihn an. Zugleich hatte er Bücher dabei von den beiden Menschen, die in diesem Jahr 1900 gestorben waren. Zwei Bücher Friedrich Nietzsches, aber auch das Werk von Salofjow, Drei Gespräche über Krieg, Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluss einer kurzen Erzählung vom Antichrist. In den Schriften Nietzsches sah er unter anderem, trotz seiner großen Faszination, eine Tragödie der materiellen Kultur, des intellektuellen Positivismus und Agnostizismus, des Relativismus und Nihilismus zum Ausdruck kommen, wohl weniger in der Person Nietzsches selbst, als in dem, womit er sich auseinanderzusetzen hatte. In den Schriften von Vladimir Salofjow dagegen empfing er eine Art Ahnung von einer neuen, kommenden Epoche kultureller, geistiger Entwicklung. Das Pendeln zwischen Westeuropa und Moskau, Petersburg und der Krim nahm er von Neuem auf. Er siedelte sich erst einmal in Paris an. Er war sehr mit der zeitgenössischen Kunst, der Moderne beschäftigt, aber auch mit spirituellen Strömungen, okkultistisch-theosophischer Art. Selbst war er Künstler, mehr und mehr. Er malte, er dichtete. Auch als Kunstkritiker war er tätig und als Übersetzer. Er schrieb für durchaus bekannte russische Zeitschriften. Er wurde genannt, ein Vermittler der französischen Kultur in Russland. Bei seinen Heimkehren traf er sich mit vielen Menschen in Moskau, Petersburg, mit modernen Künstlern erlernte, beispielsweise Boris Bugayev kennen, der in Dornach und in anthroposophischen Kreisen mehr unter dem Namen Andrei Bieli bekannt geworden ist, den er sich zulegte. Von Bieli gibt es, wie von Marina Zvetajeva, wunderbare Erinnerungen, sehr präzise Schilderungen des Auftretens und Wesens von Maximilian Voloschin. So schrieb Bieli an einer Stelle, Er erschien mir in diesen Jahren, er meint die ersten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, als sie sich 1903 im Kreis der Symbolisten in Moskau kennenlernten, erschien mir in diesen Jahren ganz als Europäer, ganz als Franzose. Aber mich fesselte die Breite seiner Interessen, der Wissensdurst seines Verstandes, die vielseitige Belesenheit, die Fähigkeit, dem Gesprächspartner zuzuhören und die wunderbar sanfte Art des Eingehens auf einen Menschen. Maximilian Aleksandrovich pflegte, in Moskau aufzutauchen, schnell in das dortige Tagesgeschehen einzudringen und hauptsächlich in der Rolle des Friedensstifters aufzutreten, indem er Widersprüche zwischen Gegnern, die oft nicht den Wald vor lauter Bäumen sahen, ausglich, und dann verschwand er spurlos entweder nach Europa, wo er sozusagen den Honig von der künstlerischen Kultur des Westens einsammelte, oder in sein heimatliches Kockgebehl, wo er in der Abgeschiedenheit alles Gesehene und Gehörte zu einer neuen Qualität umschmolz. Marina Zvetajeva berichtet über eine Begegnung mit Maximilian Woloschin einige Jahre später. Sie hatte, 17-jährig, eine erste Schrift veröffentlicht und er, sie war noch Gymnasiastin, hatte sie rezensiert, besprochen, positiv und er wollte diese junge Schülerin, Künstlerin kennenlernen. Er kam zu einem Besuch. Sie beschrieb in ihren Erinnerungen an ihn, die unter dem Titel Lebendiges über einen Lebendigen veröffentlicht wurden, auch in deutscher Sprache zweimal im Surkamp Verlag und dann später, im Jahr 2000, im Verlag der Pforte. Sie schrieben ihren Erinnerungen über diesen ersten Besuch ausführlich und an etwas späterer Stelle heißt es dann, im Hinblick auf seine äußere Gestalt, aber durchaus auch seine Begegnungsgestalt, er war ein riesiger physischer Wärmespeicher, ebenso real wie ein Ofen, ein Lagerfeuer, die Sonne. Ständig ging von ihm Wärme aus wie von einem Feuer und seine Haarspitzen schienen leicht zu knistern wie Fichtennadeln in den Flammen. Darum kräuselten sie sich wohl auch so sehr, weil sie brannten. Es gelingt mir nicht, den ganzen Zauber seines Äußeren, der die Hälfte seines Inneren ausmachte, angemessen wiederzugeben, sowie jenes Vertrauen, wichtiger noch als der Zauber und diesem im Leben oft entgegengesetzt, das sein Äußeres einflößte. Man wollte sich immer an ihn schmiegen, ihn streichen wie einen großen Kater oder einen Bären und ebenso vorsichtig. Und dieser Wunsch war so stark, dass ich es einmal trotz meiner siebzehnjährigen Schüchternheit nicht mehr aussiehlt. Maximilian Aleksandrovich, Ich würde sehr gerne Was? Ihren Kopf streicheln. Doch bevor ich zu Ende sprach, hielt er mir auch schon seinen riesigen Kopf hin. Ich fahre einmal, zweimal darüber, zuerst mit einer Hand, dann mit beiden und darunter sein strahlendes Gesicht. Nun? Gefällt's? Sehr. Darauf er, sehr höflich und herzlich, bitte, fragen Sie nicht. Wenn Sie Lust haben, tun Sie's. Ich weiß, dass viele das mögen. Ganz objektiv, als ginge es nicht um seinen, sondern um den Kopf eines anderen. Ich aber hatte das Gefühl, ich hätte mit meiner Hand einen Berg gestreichelt. Die Stirn eines Bergs. Wir kennen Fotografien von Max Woloschin viele. Sie zeigen seine ungeheure, großartige Gestalt. Es lohnt sie anzusehen. Beeindruckt von ihm war auch die junge Künstlerin Margarita Sabaschnikow, die aus sehr, sehr wohlhabendem Haus in Moskau stammte Sie lernte ihn kennen im Haus des berühmten Bildersammlers Sergei Ivanović Schukin, der unter anderem Originalwerke der französischen Künstler Claude Monet, Auguste Renoir, Égard Degas, Henri Toulouse-Laudrec und Paul Gauguin zu Hause hatte. Er erzählte ihr von Paris. Sie besuchte ihn. Er führte sie durch die Stadt zu den Künstlern. Gemeinsam waren sie bei Odilon Redon. Sie erlebte ihn und beschrieb später in ihrer Autobiografie Die Grüne Schlange, wie er in Paris lebte. Er war Augensäuge im Januar 1905, aber auch in St. Petersburg. Er war gewissermaßen zufällig oder schicksalshaft dort, als sich der sogenannte Blutsonntag ereignete. Die Armee des Zaren schoss eine friedliche, wenn auch sehr große Arbeiterdemonstration nieder. Diese Menschen waren aus den Vororten St. Petersburgs zum Winterpalast des Zaren gezogen, um dort außerordentlich friedlich für menschenwürdigere Arbeitsbedingungen, für Agrarreformen, für eine Abschaffung der Zensur und für religiöse Toleranz zu demonstrieren. Es endete eigentlich in einem Massaker von Seiten der Armee. Er war 28 Jahre, als er das miterlebte. Wieder zurück in Paris schrieb er in einer russischen Zeitung über den, zitatwörtlich, mystischen Prolog der großen Volkstragödie. Maximilian Woloschin der Margarita Sabaschnikow heiratete, lernte mit ihr Rudolf Steiner kennen. Sie hatte ihn zusammen mit ihrem Bruder Alexei Sabaschnikow erstmals in Zürich gehört und dann auch in Berlin und war beeindruckt gewesen. Nun kam Rudolf Steiner für einen ganzen Kurs nach Paris, ursprünglich ausschließlich für russische Zuhörer, gemeint in der Rue Renoir. Auch Maximilian war tief beeindruckt. In einem Brief schrieb er über sein Erlebnis dabei, es ist eine grandiose Synthese von exaktem Wissen und erfüllt sein mit göttlicher Inspiration. Die Theosophin Anna Minzlova, die sehr an der Entstehung der tieferen Verbindung von Margarita und Max beteiligt war, zog Margarita Woloschina sehr in ihren Bann zusammen mit Vyacheslav Ivanov und sie orientierte sich Margarita immer mehr nach Petersburg in den Turm von Ivanov. Diese Sphäre dort, auch die Nähe zu Ivanov und Minzlova behagte Maximilian Woloschi nicht. Er verließ dieses Zusammensein und kehrte nach Coctebel zurück auf die Krim. Dort lebte seine Mutter, aber auch die Schwester und Mutter von Vladimir Solofyov und er bemerkte immer tiefer, tiefer, dass dieses Stück Erde trotz seiner Liebe zu Paris das seine sei. Er erbaut ein Haus, schon früh hatte er eines erbaut, 1903, aber er baut weiter und er fügte 1912-13 seinem Bau ein gotisches Atelier an, das diesem Haus seine bis heute unverwechselbare Signatur verlieh. Er war aber nicht nur in dem Haus und an der Küste bei den Edelsteinen, sondern auf den Bergen und natürlich im Wasser. Er schwamm leidenschaftlich, aber er war ein großartiger Wanderer. Er nahm die Landschaft ganz in sich auf oder auch die Landschaft nahm ihn in sich auf. Über Maximilian als Wanderer schrieb Marina Zvedajeva an einer Stelle, sein großer Körper belastete die Erde ebenso wenig wie seine große Freundschaft die Seele seiner Freunde und auf jeden Felsen glättete er wie die vage mutigste Ziege. Seine breiten Sandalen hafteten am Gestein nur, weil er dem Felsen vertraute, weil er mit ihm eins war. Eine bemerkenswerte Schilderung, die Standfestigkeit, auch die Drittfestigkeit des Felswanderers Maximilian Woloschin aus der Verbindung seiner seines Eins Seins mit der Erde oder konkret mit dem Felsen ableitend. Der Satz seine breiten Sandalen hafteten am Gestein nur, weil er dem Felsen vertraute, weil er eins, weil er mit ihm eins war. Das tiefe Vertrauen in die Schöpfung, ja das Einssein mit ihr, als Voraussetzung seines Lebens Ganges, auch seines Bergganges. Er malte viel und dichtete viel in dieser Landschaft, während Margarita sich dann doch schließlich wieder von der Sphäre Ivanovs löste, wenn auch unter Schwierigkeiten und viele Kurse und Vorträge Ruder Steiners in Deutschland, aber auch in Norwegen hörte. Sie berichtete ihm immer wieder brieflich, aber auch voll bei Besuchen erzählte ihm von der Bewegungskunst der Eurythmie, die sie 1912 kennengelernt hatte und selber ausübte, aber auch von dem entstehenden Johannesbauprojekt in Dornach. Er war brennend interessiert. Aber auch er hatte weitere Wege beschritten. Sie schreibt, in seiner Kunst hatte er eine große Meisterschaft erworben. Seine Gedichte waren damals hauptsächlich seinem Lande und dessen Vergangenheit gewidmet. Mit einem der letzten Züge kurz vor Kriegsausbruch kam er nach Dornach an die Städte des Johannesbaus. Sie hatte ihm von dort in einem wunderbaren Brief beschrieben, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gäbe als diesen Bau. Er kam im August 1914 an. Er schrieb ein Gedicht für sie im Zeichen des Löwen. In deutscher Übersetzung heißt es von Träumen gequält schlief ich und wachte. Noch ahnte ich nichts vom nahenden Krieg, doch der Wind erstarb, der Donner krachte, das Licht verblasste und das Wasser stieg. Und einer ließ da meine Schritte in unsichtbaren Spuren gehen, durch Gassen toll gewordener Städte Europas, die in Flammen stehen. Die Türe knarrte in den Angeln hier und an die Wand schlug Brandungsschaum und wie ein spätes wildes Tier betrat als letzter ich der Arche Raum. Ob der eine, der die Schritte Maximilian Woloschins in unsichtbaren Spuren gehen ließ, Rudolf Steiner, der Noah der Arche war oder vielmehr der leitende Geist seines Lebens, sein Engel oder andere Wesenheiten blieb lyrisch offen. Aber er war dort, ein spätes wildes Tier. Wild sah nicht gerade aus, trotz seiner kolossalen Erscheinung und doch nur bedingt ein Mensch der Zivilisation, wie sie geworden war. In Dornach blieb er Gast. Er schnitzte wie die anderen auf Vorschlag Rudolf Steiners arbeitete er am Bühnenvorhang für die kleine Kuppel. Er malte viel, aquarellierte. André Bielli hat meines Erachtens überliefert, wie Rudolf Steiner auf diese Bilder reagierte, die er sehen wollte und sagte, so Bielli zu Maximilian Woloschin durch ihre Bilder spricht Persönlichkeit. Sie sind nicht so, wie man gewöhnlich malt. Sie bilden nicht die Natur ab, sondern sind aus dem Inneren geschaffen. Sie müssen versuchen, ihr inneres Sehen zu vertiefen, um vom ätherischen Plan her zu malen, einen Weg zu finden, von den Formen zur Bewegung. Ich meine, man kann sehr gut sehen an den späten Arbeiten Maximilian Woloschins, dass ihm das eine wichtige Aussage war. Ich sagte, er war Gast und meine damit keinen Fremden. Er war vielmehr beeindruckt von dem Geist der brüderlichen Arbeitsgemeinschaft, die er auf diesem Hügel bei Dornach, bei Basel vorfahnd, in einer Zeit des begonnen habenden Krieges, der ein Weltkrieg wurde. Und es ist ja wohl bekannt, dass 17 Nationen oder anders Menschen aus sogenannten 17 verschiedenen Nationen dort friedlich, wenn auch nicht immer spannungslos zusammenarbeitete. Er unterrichtete Andrevielli auf dessen Wunsch in der Malerei und Bielli hielt auch fest, dass Maximilian dieser ganze wahnsinnige militärische, das ganze wahnsinnige militärische Vorgehen wesensfremd gewesen sei. Ich sagte Gast, weil er so sehr er selber blieb. Bis zu einem gewissen Grade galt es hoffentlich für alle, die in der Dornacher Künstlerkolonie lebten und arbeiteten. Aber es ist nicht zu übersehen, dass manche versuchten, Rudolf Steiner auch künstlerisch zu kopieren und andere sich davon ganz frei machten und seine Vorlagen, Skizzen allenfalls für die Anregung ihrer eigenen Stilkunst aber in traditioneller Weise nutzten. Manche der Glasfenster wirken eher wie klassischer Jugendstil. Ein Mensch wie Asya Turgeneva hat die Arbeit darum abgebrochen, weil sie die Auffassung war, ihre Mitarbeiter seien nicht in der Lage zu sehen, worin das Neue dieses künstlerischen Impulses bestand, sondern sich und ihr Herkommen künstlerisch gesehen auslebten. Andere dagegen, wie gesagt, blieben unfrei, unselbstständig und kopierten. Er dagegen schrieb in seinem Brief, und das ist eine bezeichnende Aussage für seinen Umgang mit der Anthroposophie. Ich nehme die Anthroposophie mit meinem ganzen Wesen auf, muss jedoch alles in meine Sprache übersetzen, in meine eigenen Bilder hüllen. Gleichzeitig weiß ich, dass ich bis zu meiner Begegnung mit der Anthroposophie ausschließlich in ihren Kategorien gedacht habe und auch künftig nicht anders denken werde. Ich nehme ihr Wesen auf und nur die Form stimme ich auf meine Seele um. Diese großartige Eigenständigkeit Maximilian Woloschins in der Rezeption der Anthroposophie hat unter anderem Sergej Prokofiev in seinem Buch über ihn eindrücklich herausgearbeitet. Er blieb nicht allzu lange dort, nicht einmal ein Jahr, Maximilian. Es zog ihn wieder in die Metropolen. Dornach war ein Dorf, ein abgelegenes Dorf, eine Insel. Er sehnte sich nach Austausch, auch über die Anthroposophie hinaus. Er sehnte sich in die Metropolen der modernen Kunst. Und noch war es möglich, nach Paris zu kommen, über die Schweiz, und er kam an und tauchte wieder ein in die Stadt und die französische Kultur, die ihm so nahe standen. Wieder arbeitete er in begrenztem Maße als Journalist und Maler. Er begegnete unter anderem Pablo Picasso, Diego Riviera und Amadeo Modigliani. Er hatte einen Sinn für große moderne Kunst und offensichtlich hatten sie auch Sinn für ihn. Dennoch war Krieg, Weltkrieg, französisch-deutsche Front, der Stellungskrieg in Flandern, eine furchtbare Zeit. Er schreibt am 26. Oktober 1915 in einem Brief und unser Kampf, der Kampf derjenigen, die außerhalb des eigentlichen Kampfes als seine Zeugen stehen, besteht darin, nicht der Versuchung des Hasses, der Verachtung, des heiligen Sons zu verfallen und nicht müde zu werden, die Feinde zu lieben, die Unmenschen und sogar die Verbündeten, was durch ihre Nähe wohl das Schwierigste ist. Ja, 1916 wurde er zu seinem großen Leidwesen einberufen, zum russischen Militärdienst. Er musste zurückkehren, um für immer zu bleiben, bis zu seinem Tod, 1932, 16 Jahre später, in Kokjebel, war er von dort an in Russland. Er wollte lieber erschossen werden, als töten, heißt es über ihn und so war es auch. Es wurde ihm erspart. Wegen seinem Asthma leiten erhielt er eine Zurückstellung vom russischen Militär. Wieder war er Augensäuge, diesmal der russischen Revolution, der Februar-Revolution in Moskau und Petersburg, die er von Anfang an als eine furchtbare Prüfung des Landes erkannte. Er schrieb über den dämonischen Charakter dieses Geschehens und das Ende der Freiheit des Gedankens. Er erblickte früh ein sich entwickelndes System der Lüge und er sah, dass es in den Terror münden würde und er wollte ihm zumindest literarisch entgegentreten oder auch nur literarisch. Damit meine ich nicht militärisch. Nur literarisch ist auch nicht richtig, denn die ganze Haltung von Maximilian Voloshin auch da wo er nicht schrieb war eine Art des Widerstandes. So kam er in eine Zeit in der wo er sagte der Mensch des anderen Menschen Teufel wurde wo das Böse gewissermaßen in die Menschen eingezogen war. Natürlich war auch er für eine Veränderung des politischen Systems in Russland. Er war nie ein Anhänger des Zarentums oder irgendwelche autoritärer Regierungsformen gewesen und Russlands Geschichte zeigt ja immer wieder diese Zugriffe. Aber das was er erlebte als Februar-Revolution darin sei er nicht die Zukunft. Im November 1917 heißt es in einem Gedicht am Ende über die Selbstzerstörung Russlands O Herr brich uns auf vertreibe uns schick uns Feuer Seuche und Plage die Deutschen vom Westen die Mongolen vom Osten über gib uns der Sklaverei von Neuem und immer auf das wir demütig und tief wieder gut machen die Judas Sünde bis zum jüngsten Gericht. Er empfand die Februar-Revolution und manches was sich in ihrem Gefolge dann einstellte und das reicht weit bis zu Lenin und Stalin als eine Verbrechen gegen das russische Volk. ein Verbrechen gegen Russland eine Sünde eine Sünde für die er aber nur lyrisch eine Art von kathartischer Strafe herbei wünschte wie wir hörten schick uns Feuer Seuche und Plage die Deutschen vom Westen die Mongolen vom Osten später sollten die Deutschen vom Westen kommen Maximilian Voloshin war einem inneren Deutschland kulturell geistig außerordentlich verbunden das beschrieb auch Marina Zvetajeva sehr genau aber er kannte auch das andere Deutschland er lebte auf der Krim er sah den Bürgerkrieg sich entwickeln die Roten gegen die Weißen auch auf der Krim und er hielt so ist zu lesen mutige Vorträge über diese Zeit über das geistige Vakuum und die in so ein Vakuum sich hineinstürzenden Kräfte des Bösen er schrieb bemerkenswerte Gedichte über die Schattenseite der Revolution und diese Gedichte wurden in Abschriften heimlich verbreitet und vorgelesen wir wissen das war ja noch lange so im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion Margarita schreibt in Gedichten schilderte Max die Schändung des Menschen und der Erde man wunderte sich dass er am Leben blieb es ist wie manches eine Art Wunder in diesem Leben das allerdings selbst auch ein Wunder war denn Marxismus Leninismus sah er darin Rudolf Steiner nicht nur nahe kommen sondern gleicher Auffassung seiend als ein hochgefährliches Importgut an der Marxismus Leninismus ist nicht in Russland entstanden sondern mit Hilfe der deutschen Regierung wurde Lenin 1917 bekanntermaßen aus der Schweiz aus Zürich nach Russland gebracht um diese Revolution anzuzetteln um Russlands Kriegsfähigkeit zu schwächen ja es von innen her zu zerstören in dem Gedicht Russische Revolution schreibt Maximilian Woloschin im Juni 1919 im Namen des schrecklichen Befehls des Brudermordenden Krieges lodern rot entzündet zornige Fahnen aber das Leben und das russische Geschick verwechselte Namen verwischte Grenzen unser Proletariat Habenichtse unsere Bourgeoisie Kleinbürger aber der schreckliche Dämon Kapital Herr der Sorgen und Beherrscher der Fabriken der das Wesen hochentwickelter Arbeit kristallisiert er war uns unbekannt faul und bettelarm inmitten irdischer Reichtümer trugen wir tausend Jahre lang Liebe Liebe auf die freigiebige Erde Russlands Seele verfinstert sich Hirngespinste sind ihr Feind aber das Blut rinnt lebendig aus ihren Wunden in lyrischer form hinterfragte er ihr hinterfragte er hier ob es das von Marx beschriebene Proletariat sein Verständnis der Bourgeoisie und auch des Kapitals in Russland bis dahin je so gegeben habe und beschrieb was es dort gab für ihn offensichtlich war der Marxismus Leninismus ein Hirngespinst eigentlich Feind aber dann doch herrschendes System werdend Allerdings sind diese Gedichte von Maximilian Woloschi nicht vor allem sich mit der falschen Lehre beschäftigen sondern mit den Menschen die darunter sterben in einem Gedicht Massaker von 1921 heißt es in den letzten Zeilen denkst du ich weine über die die gestorben sind ich weine über jene die noch lange leben müssen in lyrischer Form wird vorausgesehen dass die Folgen der Revolution und des Bürgerkrieges lange wehren werden dennoch war er der Auffassung dass auch aus den Leiden aus den Opfern eine Art von Substanz für die Zukunft erwachsen könne sein Freund Alexander Bloch verhungerte und starb ein Gedenkgedicht für ihn und einen anderen Freund ist überschrieben mit in der untersten Hölle Da heißt es unter anderem Tag für Tag wird schauriger und dichter rings die Taube die Taube starre Todesnacht Taube Taube löst die Leben aus wie Lichter Hilfe Schrei und Ruf bleibt ohne Macht dunkles Los des der in Russland dichtet unergründlich das Verhängnis bleibt das auf Puschkin die Pistole richtet Dostoyevsky auf den Richtplatz treibt Sollte ich ein gleiches Los auch ziehen Russland bittre Kindesmörderin und in deinen Kellern untergehen schlüg ich auch in blutger Pfütze hin will ich doch dein Golgatha nicht fliehen und nicht leugnen deiner Gräber Sinn ob mich Hass ob Hunger Niedermähen wählt ich doch kein anderes Schicksal mir sterb ich will ich sterben nur mit dir und mit dir wie Lazarus erstehen das lyrische ich möchte mit Russland sterben wenn es denn so sein muss aber eines Tages wird sich so die ausgedrückte Überzeugung die Auferstehung ereignen es ist Golgatha Russlands Golgatha es war wie sie ahnen nicht ungefährlich da hat Margarita Woloschina recht in Russland so etwas zu schreiben und sie hat es ja gekannt sie ist ja selber 1917 zurückgereist freiwillig was viele in Dornach nicht verstehen konnten aber sie wollte wie Andrebielli etwas tun dort man wird nicht mehr lange etwas tun können dort sagte Ruddersteiner aber sie war der Auffassung sie könne in diesen Jahren der Not ihre Heimat nicht im Stich lassen und auf einem Schweizer Asyl leben sie kehrte zurück und lernte es von innen kennen bis nahe an den Tod sie hatte Typhus hohes Fieber ausgezählt sie hat überlebt und konnte später wieder nach Westeuropa kommen aber zurück zu seinem Motiv zu seinem Ostermotiv es gibt ein anderes Gedicht den künftigen Klammer in der Zeit des Terrors also den kommenden gewidmet aus einer Zeit heraus wo noch keine Ankunft sichtbar war es handelt wiederum vom Wirken des Bösen im Menschen und dennoch Widerstand doch beugten wir uns nicht unvolgsam den Gesetzen der Natur in uns verbargen wir unsere Sonne in Kerkern zeugten wir der Liebe Macht die Unbezwingliche in Folterkammern erlernten wir den Glauben und Gebete für unsere Henker sahen ein dass jeder jeder in Teufels Maske ein gefallener Engel ist wir schmolzen aus Gefängnis Feuern Freunde Freude an der Gestalt Verwandlungskraft des Menschen und niemals schien in Zukunft träumen schöner und flammender sein allerletztes los ihr künftigen entfernter Zeiten wisset dass wenn ihr einst in einem Weltall lebt wo mit dem Anderen jedes Teil des Stoffs verschmolzen ist durch Opfer frohe Liebe wovon der Menschheit überwunden wurde der Unentrinnbarkeit des Todessatzung in jener Welt auch unser Anteil lebt also die künftigen der noch entfernten Zeiten mögen wissen dass in dieser dann anders gewordenen Welt wo das alles überwunden sein wird auch ein Anteil derjenigen lebt die durch dieses Leid hindurch gegangen sind die wie er sagt oder das lyrische ich den Glauben in der Folterkammer gelernt haben und nicht nur das Beten überhaupt sondern das Beten für die Henker und die sich mit der Überzeugung durchdrungen haben dass ein jeder Mensch auch wenn er die Maske eines Teufels trägt ein gefallener Engel sei das besondere ist natürlich dass dieser authentische ehrliche Mensch Maximilian Woloschin so etwas nicht nur schrieb sondern lebte Max stand stets abseits war für jeden und gegen keinen schrieb Marina Zvetajeva über seine außerordentliche Unabhängigkeit er gewährte in seinem Haus in Kokjebel vielen Flüchtlingen des Bürgerkrieges Zukunft Zuflucht und zwar beider Parteien der Roten wie der Weißen und es gelang ihm auch eine Atmosphäre zu schaffen oder sagen wir sie war in seiner Gegenwart unmittelbar da wo diese ansonsten so verstrittenen Menschen in dem Maße wie sie beide Opfer waren durch ihn und in seiner Nähe offensichtlich leben konnten er stand immer auf der Seite der Opfer ich stehe allein zwischen ihnen in der brüllenden Flamme und dem Rauch und mit allen meinen Kräften bete ich für die einen wie die anderen er prokofjev schrieb darüber dass das was Max Woloschin schon vor 1917 auszeichnete nämlich eine tiefe und unerschütterliche Liebe zu Menschen als Menschen zu jedem Einzelnen und auch seine außerordentliche Unvereingenommenheit jedem Gedanken und jedem Menschen gegenüber sich in dieser Zeit des miterlebten Terrors weiter steigerte es wurde eine Art Lebenseinweihung er verurteilte niemand das Geschehen als solches sehr wohl wir hörten die Gedichte über die importierte Revolution da urteilte er sehr wohl aber nicht im Hinblick auf den einzelnen Menschen er vermochte mit dem Bösen umzugehen und er hat sich früh darin geübt das Böse beschäftigte ihn viele Menschen in Russland es gibt ja auch eine ausgeprägte philosophische Tradition der Metaphysik des Bösen ist zum Meister und Margarita von Bulgakov oder einem Roman von Sergei Prokofievs Mutter eine große große metaphysische Tradition des Denkens über das Böse von Maximilian Woloschin gibt es einen frühen Aufsatz über das Schicksal Leotol Stois in dem unter anderem davon die Rede ist dass man dem Bösen nicht entweichen kann beispielsweise durch Askese wenn ich aufhöre so schrieb er damals 1910 als alles noch nicht begonnen hatte oder so noch nicht wenn ich aufhöre mich mit dem Bösen um mich herum auseinander zu setzen schaffe ich nur für mich Selbstsicherheit vor dem äußeren Bösen aber damit verbunden verschließe ich mich auch in egoistischer Selbstvervollkommnung ich bringe mich um die Erfahrung des Erdenlebens um die Möglichkeit unvermeidlicher Schwächen und Stürze denn nur diese lehren uns das Verzeihen das Verstehen und Annehmen der Welt denn wer seine Seele behalten will der wird sie verlieren und wer seine Seele verliert um der Menschheit Willen der wird sie behalten Markus 8. Kapitel Vers 35 mich dem Bösen zu widersetzen hieße dass ich das Böse wie chirurgisch von mir abtrenne und damit verletze ich die tiefste Wahrheit die durch Christus enthüllt wurde dass wir hier auf der Erde überhaupt nicht dazu da sind um das Böse zurückzuweisen sondern dazu um es zu verwandeln zu erlösen zu retten aber retten und erlösen können wir das Böse nur wenn wir es auch in uns selber angenommen ist in uns durch uns selbst geweiht haben also also die Verwandlung des Bösen durch die Kraft des Friedens und der brüderlichen Liebe beginnt in uns selbst das ist die Stätte wo wir zu beginnen haben so Woloschin wir müssen es in uns selbst kennenlernen ja schon gar annehmen und können es nur dadurch erlösen erst einmal und in der Hauptsache ist der Mensch für das Stücklein Erde verantwortlich dass er selber bestellt und das gilt auch für seinen Leib und seine Seele dies ist der erste Acker der Verantwortung ich sprach davon dass er nicht lange in Dornach blieb er zog wieder in die Welt man hat so den Eindruck oder ich kann so den Eindruck haben er wusste dass es für ihn andere Städten geben wird auch andere Aufgaben der Verwandlung und doch schuf er in Kaktier Bill selber eine Art Oase eine Art Arche eine Oase des Geistes und des Friedens denn wie ich schon kurz andeutet sein Haus wurde eine Zufluchtsstätte erst einmal im Bürgerkrieg aber es ging weiter sein gastliches Haus wurde ein Ort der Aufnahme denn auch nach Ende des Krieges über viele Jahre gab es bedürftige Menschen und er wollte eine Stätte schaffen wo sie sich erholen konnten und in einem anderen Geist zusammen lebten es gab schon damals auch Orte der Erholung aber viele konnten sich diese gar nicht leisten Marx Woloschin aber stand dieser ganzen ökonomischen Welt fremd gegenüber die Tatsache dass man sich Erholung kaufen kann Hotels ja überhaupt Arbeit bezahlen kann war ihm wesens fremd und er schrieb 1917 in einem Brief einmal ich sehe nur eine einzige soziale Gestaltung die mit dem Geist des Christus in Einklang steht als dass jeder kostenlos für die anderen arbeitet und was er für sich selber braucht wird er von den anderen als Almosen bekommen es ist eine radikale Ausdrucksform des sogenannten sozialen Hauptgesetzes über das Rudolf Steiner 1905 eigentlich in den Wochen der ersten russischen Revolution gesprochen hat Oktober 1905 im Berliner Architektenhaus und mit Blick auf die Veränderungen in Russland aber nicht nur und er liebte das Maximilian Woloschin und er versuchte dann als die Zeiten friedlicher wurde sein Haus weiterhin offen zu halten erst einmal für Künstler die ja von der Hand in den Mund lebten wenn sie überhaupt lebten ich berichtete vom Hungertod eines meisterhaften Dichters wie Alexander Vlock und es waren viele andere noch lange ehe die Deutschen kamen und Leningrad wie es später hieß mit ihrer Hunger Hunger Blockade aushungerten ich denke an Anna Akhmato war in dieser Zeit und andere wovon lebten sie und eben auch 1923 1924 war schwer zu leben in der Sowjetunion er möchte dieses Haus als ein gastlichen Ort nicht für sich sondern für andere offen halten und er schreibt im November 1924 an die Regierung die Türen meines Hauses stehen offen allen und ohne jede Empfehlung an erster Stelle Schriftstellern Malern Wissenschaftlern und ihren Familien nur in den Platz bleibt jedermann der Sonne und Erholung braucht und der nicht die Mittel für die Preise in Kurorten hat es gibt nur eine Bedingung jeden Neuankommenden als meinen persönlichen Gast zu empfangen Daher erreicht die Aufnahmekapazität meiner 25 Zimmer mitten im Sommer bisweilen 100 Personen Die Aufenthaltsdauer ist nicht begrenzt Aus Sparsamkeitsgründen ist Gemeinschaftsverpflegung eingerichtet Im Sommer kommt man hierher zur Erholung im Frühjahr und Herbst zum Arbeiten Ja es wurde ein sehr produktiver Ort für viele Menschen die da kamen und es waren große Geiste darin auch Andremielli kam wiederholt zu Besuch Marina Zvetajeva sah ihn zumindest sporadisch wieder Osip Mandelstam wird genannt Ilja Ehrenburg Alexei Tolstoi Ivan Bunin Alexander Solzhenitsin und viele weniger Prominente fanden hier Anregungen übrigens auch im Hinblick auf Naturerkenntnis Erlebnis Pjelli beschrieb wunderbar wie Wolosin ihm die Landschaft nahe brachte auf den Wanderungen er Maximilian in sein Segeltuch gehühlt mit seinen Sandalen und diesen Wermuts Kranz auf diesem ungeheuren Haupt diese Haares Fülle und Haares Beschaffenheit und so wanderten sie und Pjelli beschreibt er belehrte mich über die Steinchen er weite mich in die meteorologischen Besonderheiten dieses Winkels der Grimm ein ich sah wie er Biologen die ihn besuchten Ratschläge gab man erzählte mir wie er zum ersten Mal die Besonderheiten die sich aus dem Zusammenprallen und der Richtung der hier wehenden Winde ergaben vorausahnte er er modellierte im Bewusstsein vieler auf künstlerische Weise das Wesen der Lava Prozesse die sich hier abgespielt haben er hatte interessante Prognosen dafür wie hier Ausgrabungen vorzunehmen sind und er bestimmte verschiedene Orte versunkener antiker Kulturdenkmäler er führte uns persönlich durch die Umgebung und diese Wanderungen waren interessante Lektionen nicht nur für Maler und Dichter sondern auch für Gelehrte Marina Zvetajeva schreibt an einer Stelle noch einmal über seine Gestalt aber in der Landschaft Max war ein Erdgeborener und wenn er vom Himmel angezogen wurde dann so wie ein Himmelskörper in Max lebte ein viertes von allen vergessenes Element das des Kontinents der trockenen Erde in Max lebte die Landmasse seine Erscheinung man könnte sagen seine Erscheinung so könnte man sagen war eine Erscheinung der Erdenmasse ihre Tiefe und Ausdehnung von ihm konnte man wie von den Bergen sagen ein Massiv selbst physisch war seine Masse ein Massiv undurchdringlich und unzerstörbar es gibt himmlische Aeroliten Max war ein irdischer Monolith Max war das Gegenteil eines Mosaiks nämlich ein Monolith nicht ein Gewordener sondern ein Geborener und dieses eine bestand aus allem sachkundig hätte nur ein Geloge über ihn zu reden vermocht auch sein Schädel mit diesem heftigen unbezähmbaren Bewuchs den man schwerlich als Haar bezeichnen konnte wirkte physisch wie die Erdoberfläche die aus irgendeinem Grunde gerade hier ihr üppigstes Wachstum bewies noch noch nie habe ich Haare gesehen so offenkundig dem pflanzenreich verwandt so wie diese Haare wuchsen wächst nur die Minze der Wegerich die Kamille buschig dicht und zäh Haare wachsen so nicht Ja die Gestalt sie sagt er war kein Mosaik sondern ein Monolith und Bieli sagt zugleich er vereinigte die menschlichen Seelen so wie ein Mosaik Künstler aus kleinen Steinchen ein einmalig geschlossenes Bild zusammensetzt denn das war das Besondere durch das Zusammenleben dort die Literatur Abende die künstlerischen Aufführungen die Improvisationen die gemeinsamen Gespräche und die Wanderungen wuchsen die Menschen zusammen lernten sich kennen Max so nannte ich diesen Beitrag war ein Friedensstifter aber er war zugleich und in eins damit auch ein Stifter menschlicher Beziehungen er ermöglichte neue Begegnungen wie viele neue Verbindungen schreibt Jelli wurden hier geknüpft im Mittelpunkt dieses Ornamentes aus Menschen und ihren Interessen sehe ich die freundliche Gestalt des Orpheus Maximilian Voloschins der die Fähigkeit besaß auch Steine zu begeistern sein bereits ergrauendes üppiges Kopfhaar das von einem farbigen Band zusammengehalten wurde zusammengehalten wurde mit einem Wanderstab in der Hand in der eigentümlichen Gewandung die eine Mischung aus Griechenland und Slawentum darstellte was für ein Bild die freundliche Gestalt des Orpheus sein Händedruck war so dass man spürte er hatte Vertrauen zu dem Menschen zu jedem Menschen er war ein Lehrer des Lebens so sagte Sergej Prokofiev und selbst die Regierung war ihm insofern geneigt als sie ihm tatsächlich gestattete sein Haus als ein Erholungsheim für Schriftsteller zu führen indem er selbst wenn auch mitunter beinahe fast verhungernd denn es waren Hungerjahre und mitunter sammelten sie Steinchen und verkauften sie weiterleben durft er bekam einen Schutzbrief für das Haus von Trotzki und Kamenjev und wurde von Plünderungen verschont um sich irgendwie zu ernähren sammelte er vorübergehend die schönen Halbedelsteine in der Bucht von Kokjebel und verkaufte sie so heißt es er verkaufte auch mitunter Aquarelle 1919 war Maria Stepanio war erst mal in das Haus gekommen als Krankenschwester übernimmt die Pflege der Mutter sie wird zur zweiten Frau Maximilian Woloschins 1927 schließen sie die Ehe sie hatten noch fünf gemeinsame Jahre er starb am 11. August 1932 um 12 Uhr mittags Marina Zvetajeva sagte er starb zu seiner Stunde zu dieser Mittags Sonnenstunde im Herzen des Sommers er hatte ein Grab bestimmt auf dem höchsten Berg Bieli schreibt es sei gleichsam die Ausdehnung der sich selbst verwandelnden Persönlichkeit in den Kosmos Marina Zvetajeva und André Bieli schrieben wie ich sagte neben anderen Menschen bedeutend über ihn bedeutend ist allerdings meines Erachtens auch ihre Feststellung dass er ein Geheimnis blieb trotz aller Beschreibungen sie sagt ich Marina Zvetajeva kannte viele Steinarianer und auch einige Okkultisten und hatte immer den Eindruck das eine ist der Mensch das andere sein Wissen bei Max aber bildete alles eine Einheit Er selbst war das Geheimnis so wie auch Rudolf Steiner sein eigenes Geheimnis war das Geheimnis seiner eigenen Kraft und so wie Steiner es weder seinen Schriften noch seinen Schülern anvertraute so vertraute auch Max es weder seinen Versen noch seinen Freunden an er war ein Selbst Geheimnis es war ein Selbst Geheimnis das beide mit sich ins Grab nahmen ein Selbst Geheimnis das beide mit sich ins Grab nahmen und sie schrieb an anderer Stelle auch einmal sehr bedeutungsvoll über diese Rosenkreuzerische Dimension die sie in gewisser Weise bei Max Woloschin sah sie hat Rudolf Steiner angesprochen an dieser Stelle dem sie ja auch einmal kurz begegnet war und so möchte ich auch noch Rudolf Steiner ansprechen und es gibt ein Gedicht von Maximilian Woloschin vom 9. August 1914 an Rudolf Steiner das in diesem Zusammenhang trotz dem Eigengeheimnis oder gerade wegen ihm von Bedeutung ist da heißt es und wieder trafen wir einander im Menschen lehren und wie schon ehedem kann ich die Züge deines Antlitzes nicht erkennen keine Beurteilung nur Verständnis in deinen Augen Deine Einsamkeit erschreckt Dein Schweigen spricht in mir Nie hast du ein Wort zu mir gesprochen aber alle meine Fragen verwandeln sich in deiner Gegenwart in Antworten Du kommst mir entgegen Du bist ein anderer aber manchmal scheint es mir du seist ich selbst du kamst zu solchen Stunden wo Verzweiflung in Schweigen sich verklärte ich traf dich nachts oder bei Sonnenuntergang und der Wind wurde still du lebst in den Einöden die Wege der inneren Erschöpfung führen immer zu dir oh wenn ich dich doch einst anders sehen könnte wenn du kämst im Moment der Begeisterung auf das dein Angesicht ich sehen könnte ich sagte es das Gedicht ist datiert 9. August 1914 es ist kein Gedicht von 1932 er lebte weiter mit Rudolf Steiner innerlich und er hat ja auch dann in Dornach in seiner Zeit dort Gespräche mit ihm geführt das Gedicht handelt wie wir hörten von der inneren Begegnung es handelt auch von der Begegnung in Stunden der Schwäche es heißt der Wege der inneren Erschöpfung die zu Rudolf Steiner führen dass er ihn da antraf in diesen Stunden der Verzweiflung schon gar die Aussage du lebst in den Einöden und dieses Erlebnis die Begegnung mit ihm wie eine Begegnung mit dem eigenen Selbst oder vielleicht dem höheren Selbst wie auch immer ein Eigengeheimnis sagt Marina Zvitaeva trug er in sich wie auch Rudolf Steiner seines in sich getragen und bewahrt habe trotz all seiner Vorträge und Schriften und Menschen Begegnungen diese Dimension bei Max Woloschin wo das eigentlich alles ganz nach innen geht die nicht expressive Anthroposophie sondern dieses Leben des Geistes auch in Verborgenheit dass ich weder mit großen Positionen zur Zeit und Welt Geschichte noch mit eigenen Deutungen meldet auch nicht mit Vorträgen er hat es nur wenig gemacht Max Woloschin das größte war in gewisser Weise eben doch sein Dasein er schrieb einmal 1914 in einem Brief ich fühlte die dringende Notwendigkeit Zeit in Steiners Schule zurück zu kehren das was Steiner macht sollte jeder in Schweigen in seiner Seele tragen Ja das tat er Max Woloschin und und so auch diese Rosenkreuzerische Andeutung von Marina Zvetaje war wo es heißt wörtlich jetzt und es kann sein irgendwann auf dem Kogtje Belerberg da wo er liegt zeigt sich noch unbekannt von wem dort hingelegt der Mantel der Rosenkreuze Ich möchte diese Betrachtung zu diesem Menschen beschließen mit einem Zitat von Sergej Prokofjev der ja in lebenslanger Verbundenheit zu Max Woloschin in dessen Haus er früh als Kind gekommen war und immer wieder auch zurückkehrte und wo er die Anthroposophie kennengelernt hatte in der Bibliothek des Verstorbenen Sergej Prokofjev hat 2004 eine kleine Tagung so klein war sie gar nicht zum Andenken und zur Würdigung Maximilian Woloschins in Kogtje Beler abgehalten Freunden der Anthroposophie das Haus gezeigt die Landschaft und den Hausherren und er hat auch wunderbare Vorträge dort gehalten und in seinem Buch über Maximilian Woloschin ist ja einiges zum Abdruck gekommen und aus Sergejs Vortrag vom 30. Mai 2004 2004 nun vor nunmehr fast 18 Jahren möchte ich einen Satz zitieren der mir wie viele Sätze die heute Abend erklungen sind von Woloschin selbst wegweisend zu sein scheint für das Leben und Überleben in diesen Tagen und Wochen und Monaten der Weltgeschichte für den Umgang mit der Anthroposophie im Schweigen der Seele aber vor allem auch für den Umgang mit anderen Menschen mit einem jeweils konkreten du die größte Stärke von Maximilian Woloschin war die Präsenz in der Gegenwart des Anderen und des ganz Anderen diese ungeheure Vorurteilslosigkeit und Hingabe und Hinwendung sein Interesse am Menschsein des Einzelnen Und da hat Sergej Prokofjev in diesem Vortrag gesagt und mit diesem Satz möchte ich diese Betrachtungen beschließen Das Einzige was ewig ist ist der individuelle Mensch der Mensch als ein geistiges Wesen dabei jedoch nicht der Mensch im Allgemeinen sondern genau dieser eine in seiner Art Einzige und vollkommen unverwechselbare Mensch der im gegebenen Moment vor uns steht und ein ein zweifel und ein zweifel Untertitelung des ZDF, 2020